hallo und herzlich willkommen zurück ich bin euer tix von tix.tv wie ihr vielleicht gemerkt habt hat dieses let's play von ancestors mit dem 25 part geendet das lag ganz einfach an game breaking bugs und dann hatte ich halt keine lust mehr und content mäßig oder inhalts mäßig ist das spiel jetzt auch nicht so gigantisch die welt ist zwar schön aber ich sag mal inhaltlich doch ein wenig leer und repetitiv da verging mir dann einfach die lust als nächstes hatte ich eigentlich vor red dead redemption 2 auf dem pc zu let's play diejenigen die dasselbe vielleicht vor hatten oder das ganze spielen wollten wissen vielleicht dass die pc portierung von rd r2 ziemlich schön arsch war und jetzt ein zwei monate glaube ich nach dem release läuft es einigermaßen flüssig aber von streaming oder videoaufnahmen kann da nicht wirklich die rede sein und ja ich werde jetzt oder ich mache jetzt notgedrungen eine kleine content pause wird erstmal keine neuen videos uploaden ihr könnt mir das verzeihen es wird auf jeden fall noch content kommen ich weiß noch nicht wann wie viel oder was aber ihr könnt euch sicher sein da kommt noch was ansonsten sag ich mal halt die johren steif und tschüss ciao und auf wieder schauen